. ... und den Bremsenbarn. ... und die Bremsenbarn für zwei Nachtsbau. ... und die Bremsenbarn. ... und die Bremsenbarn. 1782, ich habe es gesagt, im Baujahr 1978, der Freddy Wienhardt hat im 1870 in dem Marsch für sich gekauft, er hat sogar gesagt, ich habe ihn gekauft auf meine Hochzeit, also das Auto ist 41 Jahre, aber dann zufolge ist er auch schon 41 Jahre gewirrtet, der Marsch quasi sein Hochzeitsgeschenk im Baujahr 1978, der Marsch ist aber nicht für mich, auch im 1870. «Sündig für den Marsch. ... für den Glei Legazzoni am Bergrenner, 1975, die Rale, im Auto, im zweiten Rand, in diesen Karabendeten, also mit dem Auto, Glei Legazzoni, 1979 am Bergrenner, Der Entberg war der Zweite und der ist dort wieder ein Sieg geworden. Wir sind auch für ein verhältnisvoller Sieg als der Berndröding. Der Schweizer Sportwagenmeister wurde im Jahr 2017. Der Schweizer Wettbewerb ist in der Zeitung. Der Schweizer Wettbewerb ist in der Zeitung. Der Schweizer Wettbewerb hat aber auch eine Bedeutung im Motorsportleben. Der Schweizer Wettbewerb ist zur Verlegung von dem Spray. Mit genau dem Auto, die schon mit dem Sonnenunternehmen der Heckkampfverstattung über 24 Stunden, die Lose heute in Spray alles machte. mit einer Saubo C2, Saubo C2, da ist der Piaula hier, der ist der Piaula, Saubo 177, da ist der Piaula 1971, hat der Piaula 1600, der Motor im Reisstunde 220. Und hier kommt der Piaula Hutz, also der Sohn von Markus Hutz, die Piaula von Piaula gelegt. Untertitelung des ZDF, 2020